Wir sind wieder zurück bei Let's Play FIFA 15 Karriere. Wir sind ebenfalls im Waldstadion hier beim VfL Wolfsburg, beim Werksklub von VW und wir bestreiten heute das zweite Saisonspiel. Wir haben in der letzten Folge, beziehungsweise im letzten Spiel, haben wir unentschieden gegen SC Freiburg gespielt. 2 zu 2, die Torschützen waren, ich glaube, da waren die Torschützen, da waren die Torschützen, also ich glaube, Pierson hat eins auf jeden Fall gemacht. Und das andere hat, wer nochmal geschossen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Da bin ich gerade ein bisschen zu verpeilt. Naja, jedenfalls hier sind meine Mannschaften, laufen gerade ein bei sonnigem Wetter, Samstag 15.30 Uhr, Bundesliga-Time. Ist auch ungefähr gerade in echt so, wir haben gerade wirklich Samstag, ich nehme das quasi heute auf, heute an dem Tag, wo die Folge noch rauskommt. Und dann ist, Bundesliga fängt jetzt, glaube ich, gleich sogar an. Ich glaube, ja doch, ich glaube, Bundesliga fängt gleich an. Und, naja, ich bin sehr gespannt. Hier die Aufstellung der beiden Teams, zuerst VfL Wolfsburg, natürlich Heimteam, ist klar. Die werden zuerst gezeigt, boah, haben eine solide Mannschaft. Das ist eigentlich eine Mannschaft, wo ich sage, hey, die gehören eigentlich in die Champions League, ne? Aber, naja. Weißt du, wie das ist, ne? Weißt du ja, wie das ist. Musst du, musst du gucken. Ist halt, äh... Nicht ganz so einfach in der Champions League, das muss man ganz klar sagen, aber... Weißt du Bescheid, ne? Weißt du Bescheid, Alter. Weißt du Bescheid. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt kommt unsere Aufstellung eingeflattert. Ja! Sehr schön. Ja, Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg, wie gesagt. In echt ist es, glaube ich... Ich weiß gar nicht, wie es in echt ausgegangen ist. Habe ich gerade gar nicht mehr in der Birne. Hier sind wir noch mal Philippe, den hatten wir ja gekauft gehabt. Wir spielen in Himmelblau. Ich drücke die jetzt, diese Einleitung mal weg. Und ich hoffe, dass in dieser Folge keine Bildfehler über den Bildschirm flattern. Das hoffe ich wirklich. Das war ja letzte Folge wirklich ein Graus. Und dadurch ist es dann auch noch asynchron geworden und, und, und. Von daher hoffe ich jetzt einfach mal... Alter! Boah, was! Was, 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 was? Unfassbar. Ivica Olic, Alter! Was ist mit dem denn verkehrt? 1 zu 0 nach nicht mal zwei Minuten für den VfL Wolfsburg durch ein Traumtor von Ivica Olic, der alte Kroate. Krass! Schönes Tor, auf jeden Fall. Ja, da ist Trap machtlos. Da kann er nichts machen. Kriegt er zwar die Flosse hoch, aber das kannst du vergessen. Ja, alter Schwede. Das war jetzt mal am Anfang, wie ich ihn mir eigentlich nicht erhofft hatte. Wollte eigentlich erstmal ein bisschen auf Sicherheit spielen gegen den VfL. Ich kann jetzt nicht auf Defensive schalten. Wir sind im Rückstand. Ah! Ähm. Alter, schon wieder überzahlt. Ich muss in die Defensive gehen. Die Defensive steht 0 gerade. Das könnte peinlich werden, wenn wir uns nicht aufpassen. Schön von Chandler. Und jetzt Inoui. Äh, der war mal im Trikot gezogen. Geht das aber nicht. So, Seferovic. Und Pierson. Auf Seferovic. Ah, da hat er das Knie ganz schön oben gehabt gerade. Der Schäfer. Was? Ich dachte, der ist Footballer. So, Timothy Klose. Die heißt ja Timothy? Nee, ich glaub gar nicht. Jedenfalls haben wir ihn gut unter Druck gesetzt. Boah, schön gespielt. Na, ich dachte eigentlich, dass der Sechser da ein bisschen mitläuft. Da hat er scheinbar keinen Bock gehabt. So, Ocibka. Passive. Schön gespielt. Ocibka, der hat einen super linken Fuß, aber leider nicht durchgekommen. So, Caligiuri. Auf der ersten, in der ersten, äh, halt zunächst gut aufgepasst. So, das wollte ich sagen. Aber dann leider auch nicht wirklich gut. Alter, was geht mit Olic? Der alte Sack. Das gibt's doch gar nicht. Der ist schon 150, weißt du, und rockt hier noch die Bude. Unglaublich. So, das war jetzt mal extrem gut gespielt, muss ich sagen. So, Pierson kriegt den Fuß nicht mehr hinein. Echelisch. Richtig echelisch. So, Philippe spielt gegen seinen Ex-Club. Ah, das ist ja nicht gut. Das war zwar stark gemacht von Inui, gut nach hinten mitgearbeitet, aber nicht gut genug. Da haben wir mal Landa, vor dem brauchen wir eigentlich nicht wirklich Angst haben. Wer die ersten zwei Saisonspiele vom VfL Wolfsburg gesehen hat, gegen die Bayern und gegen Frankfurt, weiß, was ich meine. Wobei der Arme mir echt leid getan hat. Das ist echt mies. So, kriegen wir eigentlich einen Freistoß-Club geschrieben. Oder auch nicht. Ich bin aber mit Pia Son ein bisschen zu alleine da vorne. Und das gefällt mir nicht. So, das ist Russ. Und das ist das Tor. 1-1. Marco Russ. Bester Jubel ever. Ich dachte, eigentlich ist es wer Upside. Hat für mich im ersten Moment so ausgesehen. Das ist klasse gespielt. Über Meier, über Inui. Klasse. Richtig schön. Ja, Russ, Kopfbälle, das kann er. Wobei er auch schießen kann. Das hat man gegen Schalke gesehen. Der hat es auch durchaus mit Mausenriss drauf. Der kleine Sack. Der alte Rückkehrer. War ja auch beim VfL Wolfsburg. Aber der hat es richtig gemacht. Der ist frühzeitig wieder zurückgekommen. Und da sind die Fans dann auch nicht so schlimm von Frankfurt. Och komm. Da war ein bisschen Körpereinsatz, aber das wird doch wohl nur erlaubt sein. Wir müssen jetzt aber nicht gelb, oder? Nee. Na gut. So, ich bete wirklich zu Gott, dass die Bildfrequenz normal bleibt. Und dass es nicht anfängt zu rückeln. Aaron Hand, ex Bremer, von Bremen nach Wolfsburg. Ist auch nicht so geil. Ich hoffe, die Bildrate bleibt stabil. Und wir haben hier nicht wieder so drum geflackert. Boah. Nein. Alter Olic, das gibt's nicht. Dieser Olic, Alter. Das ist aber auch schlecht verteidigt. Der Schuss ist gut. Okay, Trapp. Ich wollte gerade sagen, muss man nicht nach vorne abprallen lassen. Aber er hatte wirklich wenige Möglichkeiten. Von daher. Okay. Kommen wir da vielleicht? Nee, kommen wir nicht. Na, ist das ärgerlich. Er hat ja gerade einen Ausgleich geschossen. Dann ist er wieder im Hintertreffen. Oh, mei ja. Sehr gut. Hassebe. Ha, Hassebe. Ebenfalls ein ehemaliger Wolfsburger. Gibt's ja gar nicht. Ach ja, genau. Hassebe hat im letzten Spiel, glaube ich, noch ein Tor geschossen, ne? Genau, das war die Eckballvariante. Und Pia Son hat ja dann, ich glaube, kurz vor Ende oder sowas, noch den Ausgleich geschossen. Oder wir haben den Ausgleich kassiert. Irgendwie, ich weiß das schon mal nicht mehr. Das gab mal gestern, gerade mal 24 Stunden her, die Aufnahme nicht mehr. Und ich weiß es schon nicht mehr. Das liegt aber auch daran, dass ich mich mit der Bildfrequenz extrem geärgert habe. Ah. Ja, das... Ey, Alter. Aaron Hunt, das hat der Schiri jetzt gar nicht mehr gesehen. Jetzt gibt's auch Fresse. Jetzt kriegen wir gelb gegen Utschipka. Ah, auf den Außenpositionen gegen so eine offensiv starke Mannschaft. Eine gelbe Karte an der 27. ist nicht so geil. Das könnte noch eine Herausforderung werden. Der Ball ist aber nicht gut. Es liegt zu lang und... Ah, Alter. Mir hat's gerade die Bauchhaare in den Gürtel gedrückt. Boah. Alter. Hör, wir haben nicht graviert auf dem Bauch. Nein. Es sind auch Brusthaare, keine Bauchhaare. Hört mir gerade so auf. Oh, Seferovic. Komm, 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 komm. Nein. Nichts schnell genug. Nichts schnell genug. Er war nicht schnell genug. Zu Aaron Hunt. Mich wundert es bloß Kevin De Bruyne. Der spielt gar nicht. Oh, das ist schön kombiniert. Aber das ist auch unverteidigt. Alter, was war das denn? Marco Russ. Fehler wieder gut gemacht. Aber Ball noch nicht geklärt. Ball noch nicht geklärt. Chandler. Alter, die sind so offensiv am Drücken gerade. Das war schön gemacht von Malander. Da müsste Timothy Chandler eigentlich ein bisschen mehr drauf gehen, Alter. So, Virinha, der hat auch einen guten Schuss. Alter. Zählt der Treffer? War das kein Abseits? Alter, Trapp hat es schon wieder verkackt gerade. Also, der hat es nicht verkackt. Der hat ihn ja gehalten, aber... Der wehrt die Bälle irgendwie so komisch ab. Jetzt steht es 3-1 vor Wolfsburg. Und schon wieder ein Fehlpass. Das ist bitter. Das ist richtig bitter gerade. Weil die nehmen uns gerade nach Strich und Faden auseinander. Ist für uns, oder? Ja. Geht wenig zusammen heute. Bis hierhin. Gegen den VfL. Ah. Okay, wir müssen gleich mal an der Formation ein bisschen rumtüfteln. Dies gegen den VfL Wolfsburg, glaube ich, nützt. So, Seferdovic. 3 gegen 3. Aber verkackt. Nall, du das Tier. Hat ja wieder einen Weitschuss-Tot in Frankfurt geschossen. Das ist aber auch ein Freistoß oder sowas. So, Klose wieder ein bisschen unter Druck setzen. Dann schießt er den Ball eigentlich immer relativ schnell weg. Oh, was war das denn? Alter. Ja. Was war das für ein Fehler da gerade? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was war denn das schon wieder für ein Scheißfehler da gerade im Mittelfeld? Das ist doch dumm. Na gut, der Chipka konnte da nicht mehr viel machen. Trapp habe ich auch wieder rausgeholt. Also bei FIFA 14 ging das noch easier. Haben sie den Ball wenigstens weggedrischt? Boah, ärgert mich das gerade. Dieser Fehler im Mittelfeld. Wer war das? Wieder Fehltpass. Also Pierson. Ach man, wie ärgerlich. Weiß ich, ob das so Russ war? Was ist mit dem Ball, der letztlich ins Feld rollt? So, Marco Russ, komm. Alter. Dann ernst. Okay, zum Glück. Hat der Chipka den... Oh, ho, ho, ho. Wir haben auch kein Ballglück gerade. Null einfach. Okay, mal ein bisschen langsam von hinten aufbauen. Ich hätte zwar noch gerne das Tor gehabt vor der Halbzeit. Schauen wir mal, vielleicht. Kriegen wir noch was zustande, ey. Alter, der Ulrich packt aber auch gut den Ellenbogen aus, ne? Hat er vorhin noch im Trikot gezogen. Das ist der Schiedsrichter, aber auch überhaupt nicht. Oh, das ist ein Ball, den man haben muss. Das ist ein Ball, den man haben muss. So, erster haltet es vorbei. Ziemlich ernüchternd. Es steht 4-1 für Wolfsburg. Das Ding ist eigentlich gegessen. Das Ding ist gegessen. Eigentlich, aber... Naja. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Hier haben wir die anderen Ergebnisse. Das ist auch gerade Halbzeit. Bayern gegen Schalke steht es 1-1. Paderborn, Hamburg 1-1. Werder Bremen, Hoffenheim 1-1. Das geht ja richtig zur Sache hier. So, bleiben wir erst mal so. Und schauen mal, was so geht. Ja, weißt du, Seferovic ist eigentlich ein Stoßstürmer vorne. Hat aber kein Interesse, da groß hinzulaufen. Na, ist Abseits. Naja. Okay, wir müssen alles auf eine Kappe setzen. Wir können nicht mehr wie noch mehr Tore kassieren. Von daher... Gib ihm. Es kann ja auch nicht sein, dass die mit drei Spielern da vorne hier die Musik machen. Und wir haben eigentlich defensiven und noch vier Abwehrspieler. Das geht eigentlich gar nicht. Ja, guck dir das an. Kali Jury. Kommt dazu einfach durch. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen kombiniert hier. Guck mal hier, warum läuft der nicht durch? Der hätte... Er hätte durchlaufen können da unten. Das haben wir auch noch gefault. Sag mal, willst du mich verkackern oder was? Ganz ehrlich. Der scheiß Schiedsrichter. Steht auch noch einen Weg rum. Okay, jetzt sag mal mit Chandler mal hier auf die Seite. Mal was anderes. Nein, nein, nein. Der darf nicht durch... Ja, der bringt ihn durch. Ja, die sind immer einen Tacken schneller da. Wie wir. Der Schiedsrichter pfeift doch alles für Wolfsburg. Das ist dem gerade mal scheißegal. Auch wenn es nur so eine kleine andere Place ist. Ist dem gerade mal kackewurscht. Weißt du? Da wird sofort gepfiffen. So. Jetzt renn mal durch da unten, Alter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gib mal Stoff-Immulie. Guck mal Stoff. Oh, das gibt's nicht. Das ist kein Foul dann oder was? Das ist doch nix. Alter, der Schiedsrichter, ne? Ich meine, es liegt nicht am Schiedsrichter, dass wir hier 4-1 hinten liegen. Ganz und gar nicht. Aber so Kleinigkeiten. Der Pfeif eigentlich echt immer nur pro Wolfsburg. Ja, jetzt kommt noch Kevin De Bruyne, Alter. Die belgische Kampfmaschine. Das ist heute aber auch kein gescheites Passspiel da vorne. Nur Fehlpässe. Nicht mehr, nicht weniger. Was gibt's jetzt? Ja, natürlich wieder Freistoß für Wolfsburg. Sag mal, ist das dein Ernst, Schiri? Ist das dein Ernst? Ist das wirklich dein Ernst? Kriege ich eine Wiederholung, was ich gemacht habe? Natürlich nicht. Ja. So, Naldo. Macht zum Glück eine Flanke. Das kann er zum Glück nicht so gut. So, Piazzon. Der tankt sich da jetzt mal durch. Ist verletzt, wird angegriffen, ist verletzt und es gibt keinen Freistoß. Das ist schön. Alter, es ist echt schön. Es ist herrlich, der Schiedsrichter. Er ist wirklich herrlich. Keine Ahnung, was er hat. Ich hoffe, er ist nicht allzu schlimm verletzt. Das riechst Kotzen, ganz ehrlich. So, wir ballern mal hier Medojevic für Russ rein. Noch ein Ex-Wolfsburger. So, und bringen Václav Kátlétz. Oder Václav Kátlétz, besser gesagt. Václav Kátlétz. Scheißnabe. Und halt Medojevic für Russ. Ob man es nicht mehr allzu viel bringt. Da haben wir Aaron Hunt auf der Bank. Aaron Hunt, arrogant, verstehst du? Ja, da oben sehen wir es nochmal. Medojevic. Jetzt in der Partie. Und die Wolfsburger tun sich natürlich jetzt aufs Verwalten konzentrieren. Warum auch nicht? Oh. Die haben auch in der Offensive immer eine Anspielstation. Wir stehen hinten einfach nicht gut. Heute. Ist einfach so. Ah, es war Abseits. Es war Abseits. Der Meier steht im Abseits. Und Seferovic, die Laufwege von dem da vorne sind heute auch eine Katastrophe. Hier ist auch immer einer, der noch absichert, der den Ball nimmt, falls denn einer von den Wolfsburgern vergisst. Die brauchen sich halt echt nur aufs Verwalten konzentrieren. Spielen hier Passspiel runter. Die haben ja ihre Arbeit getan in der ersten Hälfte. Ach, Alter. Kann wir mal einen Ball anbringen, verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Der macht zwei Schlenker und wir sind ausgedrickst. Das kann es nicht sein. Das ist auch noch fast ein Eigentor. Das wäre es ja jetzt gewesen. Klar. Natürlich. Klar. Ganz klar. Könnte will ich mir gar nicht angucken. Alter, 5-1. Das ist eine fette Klatsche. Das ist ja fast immer als damals gegen Berlin. Wobei das stand, glaube ich, 6-1 oder so. Aber trotzdem. Das ist eine fette Klatsche. Das kann ich eigentlich gar nicht hochladen. Da wisst ihr schon, wer hier Meister wird bei uns in der Saison. Wolfsburg. Das ist eine Katastrophe da vorne. Ganz ehrlich. Wir müssen uns für die nächste Folge, beziehungsweise für das nächste Spiel morgen dann, müssen wir uns echt was überlegen. Ja. Oh, wir haben den Freistoß bekommen. Alter. Schiedsrichter. Was ist los? Was geht denn mit dir, Alter? Ja, wir müssen uns wirklich eine andere Formation überlegen. Die ist doch ziemlich beschissen, muss ich sagen. Ich komme damit gar nicht klar. Müssen wir mal gucken. Und siehst du, da steht wieder einer, der den Ball gewinnt. Das darf nicht sein. Und er pfeift schon wieder. Freistoß vor Wolfsburg. Alter. Hey, das geht mir der Aufschlund nicht. Ich bin eigentlich gewohnt, dass ich vorne ein paar Flügelflitzer habe. Die haben wir mit Inouvi, Pierson und Aigner. Bin ich eigentlich gewohnt, dass sie da vorne dann direkt in die Spitze starten, damit man einen Konter setzen kann. Aber das ist hier in der Formation gerade gar nicht der Fall. Was gibt es nicht? Jetzt elf Meter oder was? Bin ich wieder am Freistoß bekommen. Krass. Bist du da unten rennt wieder niemand? Das kannst du echt nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. Da rennt keine Sau. Jetzt kommen wir noch zum 6-1 oder was? So, Kattletz. Oh. Und dann kommt auch noch Pech dazu, weißt du. Mann, 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 Mann. Ganz, ganz schwache Leistung. Ganz, ganz schwache Leistung von Frankfurt heute. Da muss viel passieren für die nächste Folge. Das geht so nicht. Ich weiß sogar nicht, gegen wen wir spielen. Keine Ahnung. Muss ich gleich mal gucken. Das war kein Foul. Vielleicht wenigstens ein Tor noch. Das ist gegessen, das Spiel. Pfeif ab. Erlöse mich. Erlöse uns. Erlöse die Zuschauer, lieber Schiedsrichter. Der wird noch ausgespielt, ne? Alter. Das ist schon das zweite Mal in diesem Spiel gewesen, dass einer noch nachgetreten hat. Das kannst du auch nicht sein. Ja, 5-1 verloren in der Liga. Das ist, ja, genauso gucke ich auch gerade. Das ist ziemlich, ziemlich schwach gewesen. Da muss ich mir selbst auf die Finger hauen. Da muss ich noch ein bisschen trainieren, damit wir dann im morgigen Spiel gegen... Ich habe keine Ahnung, gegen wen wir spielen. Ich weiß es gar nicht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich überlege gerade nochmal, aber mir fällt es nicht ein. Gegen Augsburg kann das sein? Gegen Augsburg zu Hause? Ich glaube, gegen Augsburg spielen wir morgen zu Hause. Wie gesagt, da muss ein bisschen was passieren. Die Aufstellung müssen wir ein bisschen umstellen, die Formation. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und an Hansen, hören wir uns, sehen uns morgen in der Folge von FIFA 15, Corriere. Haut's rein, bis dahin. Ich gehe jetzt auf die Wiese. Ich gehe jetzt auf die Wiese. Ich weine ihm, -Musik, ich gehe... Gott's. Vielen Dank.